Mein Name ist Dennis Kleffiger. Ich trete für den Kantonsrat am 29. März. Ich stehe für eine gesellschaftsliberale Politik, die Jung und Alt, Frauen, Homosexuelle Platz haben in unserem Kanton. Wir hoffen und zählen natürlich auf euch. Stimmt für mich. Ich würde mich freuen. Vielen Dank. Ich würde mich freuen.